So, der LOX-Bus ist jetzt hier drin. Sind jetzt alle durchgebrückt und auf dem letzten ist hier der Endwiderstand. Den kann ich gerade mal dran zoomen. So, hier sieht man den. Der ist jetzt parallel mit der Hülse eingequetscht am Ende des LOX-Buses. Das heißt, alle Extensions sind durchquadrat bis zu 30 gehen und am Ende muss dann, also pro Mini selber 30 Extensions und am Ende muss dann der Endwiderstand rein. Habe ich auch mal erklärt in diversen Tutorials. So, jetzt haben wir die haben wir jetzt drin. Was wir jetzt machen, jetzt werden wir alle 0V, also Crowns von den ganzen Extensions, werden wir jetzt durchverbinden und dann machen wir immer so stückweise, hier haben wir natürlich keine riesen Last. Und das werden wir dann hier auf diese Potentialklemmen, die hier sind, werden wir die alle Crowns miteinander verbinden, auch von den ganzen Dimmern hier und von den Klemmen, die von drüben vom Schrank kommen, von den Netzteilen, werden wir alle hier dann drauflegen, immer so zu Gruppen zusammenordnen, dass nicht so viel Strom fließen kann, dass alle Crowns immer parallel liegen. Das zeige ich euch jetzt, wie das geht. So, jetzt tun wir, ähm, wir tun jetzt hier vorne, speisen wir quasi ein, ne. Den Crown, das sind ja die letzten beiden Klemmen, von der grünen Klemmen, die letzten zwei Klemmen. So, So, jetzt tun wir erstmal die Zuleitung hier vorne. Die legen wir jetzt auf hier vorne. Legen wir auf diese Potentialklemmen hier, diese PT-Fix-Klemmen. So, und dann gehen wir wieder hier vorne an unsere nächste Reihe Extensions. Hier oben haben wir eine sehr geringe Stromaufnahme bei den einzelnen Geräten. Da brauchen wir uns jetzt keinen Kopf zu machen, dass der quersteht nicht reichen würde von der Brücke. Bei den Dimmern sieht das anders aus. Da kommen wir dann gleich zu. Aber erst mal drücken wir die ganzen Dinger hier mal durch. Die letzten zwei sind ja der Ground. Deshalb, da kann man jetzt ein bisschen variable sein, ob man jetzt die letzte oder vorletzte nimmt. Oben in der Reihe hatte ich ja die letzte genommen. Hier kann man ein bisschen variable machen, damit der Steg ist und nicht so schief aussieht. Machen wir hier mal ein bisschen variable. Aber ja, die letzten zwei von der grünen Klemme sind immer der 0V, also der Ground. Und jetzt haben wir alle Extensions, wie die Server und so weiter durch verbinden. So, und schon ist hier das alles durchverkratzt. Und jetzt haben wir die Server-Roundet von den Mini Server Onkels. So, heute war es mit dem Film nicht so weit her hier, was ich jetzt so machen konnte. Weil der Heizungsbauer ist mit ein paar Leuten hier in dem Raum noch drin. Ich bin schon wieder gerade allein. Weil ich gemacht habe heute auch den Schaltplan habe ich jetzt von der 24 Volt Seite komplett gezeichnet. Hier unten könnt ihr sehen, hier ist schon alles beschriftet mit Schildchen. Drüben im Schrank auch die Dimmer und die Netzteile. Es geht eben um die Verdrahtung, wo ich jetzt gerade dran bin hier mit dem Ground. Wo ihr darauf achten müsst. Wenn ich mit 24 Volt Plus irgendwas versorge, muss natürlich auch der Minus die gleiche Last auch aushalten. Also der Ground wie der sehr hinfließende Strom. Das heißt, wenn ich jetzt mal mit 10 Ampere ankomme, kann ich jetzt nicht einfach sagen, okay, ich brücke mir jetzt alle Dimmer hier mit einem Quadrat hier durch. Der Ausgleichstrom, der fließt, der ist zu hoch, deshalb wird das Kabel abbrauchen. Und deshalb, wichtig ist, hier fällt mir der Deckel gleich um, wo es darum geht. Gerade bei dem letzten, das ideale Beispiel hier, was ich gerade gemacht habe. Und zwar, ich komme mit dem Ground vom Netzteil, gehe, und zwar da hängen 4 Dimmer dran. 1, 2, 3, 4, hier, 8, 6, 8, jetzt muss ich verlegen, 4, genau, 4 Dimmer hier, genau. Die 4 Dimmer hängen da dran. Das heißt, ich komme hier mit dem 1 Quadrat Kabel an, gehe auf die ersten beiden Dimmer und von da aus mache ich eine Brücke hier, dass ich Ground-Potenzial dann nochmal hier auf dem Block habe. Und gehe hier oben in der Duo-Hülse dann ab auf die anderen beiden Dimmer. Das heißt, dass ich meine Last gut verteile, auch hier auf dem Ground. Genauso wird er später mit dem 24 Volt Plus genauso sein. Und hier oben müssen halt eben alle Grounds immer dann hier oben mal was von aufliegen, dass überall das gleiche 0 Volt Potenzial herrscht, dass es keine Störungen gibt, weil das ist ein sehr häufiger Fehler, der auftritt bei Anlagen, dass irgendwann was ausfällt, der Bus klappt man nicht oder sonst was. Was ist der Fehler? Die Netzteile, weil wir haben ja, sagen wir mal, der Dribus läuft ja überall durch. Und wenn ich natürlich überall unterschiedliche 0 Volt Potenziale habe, dann habe ich natürlich das Problem, dass irgendwo Busfehler auftreten können. Deshalb muss ich natürlich gucken, dass überall der Ground gleich ist. Und das tue ich mit dieser Klemme machen, dass am Ende, also das heißt von jedem Netzteil, wird einmal einer noch hier zum Schluss draufgeführt, dass das überall 0 Volt Potenzial hat, dass da auch kleine Ausgleichsströme fließen können untereinander, wenn da Differenzen sind. Das mache ich halt eben immer so. Ja und sonst, ihr seht, bis hierhin bin ich schon mal gewandert mit meinen 0, mit den Crowns. Hier oben, die liegen ja alle auf, auf den Extensions-Dingern. Das ist ja alles schon mal genullt, genullboldet. Ja, das mache ich hier noch und dann drüben im Schrank, das machen wir ja später. Und dann kümmern wir uns um die 24 Volt, dass wir den komplett aufteilen. Auch hier auf den Klemmen hier oben, kann ich euch mal zeigen. So, hier oben könnt ihr auch sehen, hier liegen auch 0 Volt auf, hier auf einigen Klemmen. Das ist deshalb, wenn zum Beispiel im Raum der Spot, wir haben ja Spots mit 3. Das heißt, zum Beispiel der braune ist plus 24 und der schwarze ist dann minus, ground halt. Das sind zum Beispiel jetzt hier, wo Kabel abgehen, um 3-Spots zu versorgen. Da brauche ich natürlich die Spannung direkt auf dem Kabel. Und der 3-Bus, der kommt ja dann in dem Fall bei jedem Haus noch über so Netzwerkkabel hier. Bei den neuen Häusern dann wird das dann sein, dass das über das 3-Kabel läuft, wo alles in einem Kabel geführt ist. Irgendwann haben wir jetzt hier gleich voll, dass wir hier keinen Platz mehr haben, weil wir müssen ja später noch mit den Crowns auch dann die Loks-Platinen bestücken, also versorgen meine ich. Da brauchen wir natürlich auch ein bisschen, noch ein paar mehr dann dafür. Und dann werden wir die hier untereinander mit einem ziemlich dicken Kabel brücken, dass dann auch, wenn da größere Ströme fließen sollten, damit steht mit 1-0, könnte es natürlich kritisch werden. Da machen wir ein dickeres Kabel rein, dass die Ausgleichströme dann fließen können, ohne dass es ein Problem gibt. Ja, gut, dann machen wir mal weiter. So, jetzt tun wir, und zwar von der Klemme, hier oben gehen wir mit der Duo-Hülse ab und zu ein bisschen, gehen wir einmal auf die Klemmleiste X69. Das sind ja die ganzen 24-Volt-Klemmleisten. Die habe ich schon mal so beschriftet, dass man sieht, wo die Klemmleiste anfängt. Das ist auch die Startzeit, das heißt auf Seite 69. Das heißt, ich starte dann auf der Seite 69. So, dann machen wir es wie folgt. Wir gehen von ihm hier, gehen wir auf einen Dimmer, das ist in dem Fall hier der 70 T3 Dimmer, und gehen von da aus dann auf unsere Potential-Klemme und wo wir hier oben mit der Duo-Hülse abgehen, gehen wir dann auf die Klemmleiste oben, wo wir noch drauf müssen. So, das machen wir jetzt mal hier oben ein Onkel-Duo hin. Man muss sich immer gerade darauf achten, wenn wir hier, wie gesagt, mit den 10 Ampere-Dravos arbeiten. 10 Ampere ist schon mal eine Hausnummer. Das ist nicht gerade der kleinste Strom. Deshalb immer darauf gucken, dass was hinfließt, muss auch zurückfließen. Dass man da nicht irgendwo das Kabel, das Kabel mal zu warm wird. So. Und hier unten, da machen wir erstmal den nach oben. Wo geht der hin? Auf die X69 Klemme 20. X69 ist ja gar nicht da oben. X69 ist ja ganz hier unten. X69 ist hier unten. X69 ist hier unten. X69 ist hier unten. X69 ist hier unten. Brückungs-Onkel da, so, nicht, ne, Trätschen bleibt da, so, ich habe heute den Plan nämlich mal ein bisschen gezeichnet, weil ich wollte ja nicht durcheinander kommen, das muss ja alles passen von der Aufteilung der Netzzeile und so weiter, dass ich dann in einem jetzt komplett was dann durch verdrahten kann, nicht jedes Mal dann irgendwann im Kopf mehr ausdenken muss und dann auch behalten muss, Notizen machen, da habe ich gesagt, komm, weißt du, was ich zeichne, dann ist alles in der Nähe. Detail, dass wir kein Problem mehr nachher haben. So, und jetzt tun wir noch den hier, halt hier unten nochmal rein, so, hier drauf. So, Knöpfchen drücken und hinein. So, und jetzt müssen wir hier unten gucken, man hat ja schon eine Nummer gesagt. 20, das ist ein schwarzer Draht. Da ist er. Ne, da ist er. Ne, quatsch, warte mal, wo ist denn der schwarze? Da. Muss ich langsam nochmal Nummern draufklipsen. Die Stipp. Das müssen wir euch vorher machen, so muss ich immer zählen. Aber es ist ja relativ einfach, fünf Klemmen sind zehn, dann nochmal fünf Klemmen, dann ist 20. Ja, wo ich halt gerade so sage, was habe ich gerade gesagt, 20. Warte mal. Zwo, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig. Doch, stimmt. Da habe ich ihn ja gerade wieder im Kopf gehabt. So, aber eigentlich wollte ich ja auf der anderen Seite mit dem 24-Volt durchgehen. Außer jetzt, den machen wir jetzt mal hierher. So. So, jetzt der nächste. Wo machen wir denn bei der 71? So. So, bei der 71. Das heißt, der besorgt zwei Dimmer. 71 T3 und 71 T4. So, dann machen wir das auch wieder. Das heißt, wir gehen hier oben von ab. So. So, gehen da drauf. So, dann machen wir hier oben wieder eine Duo-Hülse drauf. Dann machen wir die Strömischen teilen. Die Dimmer steht eben im Datenblatt drin, 10 Apair. Was ist denn mit dem Käfer hier, der die ganze Zeit auf meiner Maschine und mein Werkzeug hier rumklettert? Gehen wir woanders hin, Kulti. Gehen wir zum Heizungsbauer rüber. So, da drüben kannst du mal spielen. So. Mein Heizungsbauer ist nämlich schon gerade nicht mehr da. Kann ja sein Werkzeug belagern. So. Gehen wir hier oben doppelt drauf. Hier haben wir zu viel doppelt gegangen als zu wenig. So. Und dann gehen wir hier dann auf die Dimmers. So. Einen können wir ja direkt anschließen. Und zwar ist das ja der, der, äh, der Ground ist ja immer die zweite Klemmen, ne? Und jetzt brauchen wir wieder die Brücke zum, zum Potentialbrückungs-Ding. Und schon wieder 100 Hülsen weg, alter Schwede. Weil man nachher die ganzen RGW-Stripes und alles da vertraten, das gibt natürlich dann Mengen an Hülsen und an Drähten. Und dann nachher, das gibt ein paar Kilometer. So. Na, Moment. Schraube aufdrehen. Und schon ist der drin. So. Und jetzt auf unseren Potentialbrücker. So. Haben wir das auch. So. Dann der nächste. Und jetzt. Und jetzt. So, und jetzt geh mir auf hier oben. Irgendwie hab ich diese Zange hier lieben gelernt, hier auf der Baustelle. Diese absehle Zange. Das ist bei den Tagen hier. Sonst hab ich das immer mit der Stripperachs gemacht, aber hier ist ja echt geil. Also muss ich sagen, für die Fälle lehnt ich echt gut ab, muss ich sagen. So, gut. Auf zum nächsten. So, ich konnte die letzten Tage nicht so viel aufnehmen, weil der Heizungsbauer ist mir die ganze Zeit den Weg rumgesprungen. Der ist ja jetzt weg. Ja, was bisher geschah, können wir ja so machen wie in einer Serie. Also, die Dimmer sind alle hier drin, die Dimmer sind alle verkabelt. Die gehen hier durch das Rohr durch in den anderen Schrank, gucken wir gleich. Dann haben wir hier die Zuleitungen für die ganzen Netzteile vom anderen Schrank. Und die Ableitungen sind jeweils 20 Stück, die quasi von hier hinkommen. Die 20 mal 230 Volt und Abgang 20 mal 24 Volt. Und ein guter Teil wird nachher erstmal frei bleiben, weil hier die Dimmer, hier ist ein Teil der Dimmer, ist ja hier im Schrank. Aber da haben wir ja überall die Reserve, dass wir die 24 Volt von den jeweiligen Netzteilen auch drüben haben, dass wir noch was dazu bauen könnten. So, hier sieht es jetzt ganz anders ein bisschen aus, so langsam. Und zwar, die ganzen 24 Volt Teilsachen haben wir oben drauf. Jetzt erkläre ich da schon mal im Detail, wie die liegen. Also die ganzen gedimmten Leuchten, die auch drüben im Schrank die Dimmer sind. Hier sind ja die ganzen Dimmer für die ganzen Stripes. Dann habe ich hier angefangen mit den, die ganzen Leitungen aufzulegen auf die neuen Platinen. Die Cut-Kabel. Dann gucken wir weiter unten. So, hier seht ihr auch die ganzen Berge hier an diesen lilanen und grauen Leitungen. Die ganzen Dimmer sind alle aufgelegt, die ganzen Kabel, die hier liegen, die ganzen lilanen Kabel und grauen Kabel liegen hier auf den Abgangsklemmen. Das heißt, hier ist ja eine 24 Volt Klemmleiste und oben waren zwei. Wo das drauf geht, hier gehen die ganzen 230 Volt Leitungen ab, rüber in den Schrank von diesen 20 Sicherungen hier, die hier auch beschriftet sind. Und drüben vom Schrank kommt zurück, kommen hier wieder die 20 Leitungen 24 Volt. Und hier neben dem Block, den ihr da drüben im Schrank eben gesehen habt, das ist, da habe ich mal ein Reservekabel gemacht mit 12x15, für was eventuell noch kommen könnte. So, hier haben wir diese 24 Volt Leitungen und zwar, hier haben wir zum Beispiel 7 Ader mit 6 Adern. Auf den Gemeinsamen, das heißt, auf die 1, das ist ja nach 24 Volt Plus, liegt ein grauer Draht. Seht ihr unten, da ist ein ganzes Menge Grau auch hierbei. Und dann 2, 3, 4, 5 sind dann diese 4 Drähte von dem Dimmer, also RGBW. Und ich schlick das rückwärts auf, das heißt, 1 ist der gemeinsame, dann kommt weiß, dann kommt blau, grün, rot. Das heißt, die Ader Nr. 5 ist der rote, hat eine Stiebewand, das zeige ich euch jetzt. Und zwar auf den Dimmern hier, ist ja, die erste Klemme ist 24 Volt Plus, dann kommt weiß, blau, grün, rot. Daher die Reihenfolge, dass nach einem Schaltplan auch die Linien senkrecht nach unten gehen. Den Schaltplan hiervon, den wird es auf jeden Fall als Download geben von der gesamten Anlage, dass ihr so ein bisschen Überblick habt, weil hier ist ja sehr viel drin. Und deshalb ist die Leitung halt eben auch so aufgelegt. Und dann, dann seht ihr hier ein Beispiel, hier sind nur 2 Drähte drauf, den schalten wir um als 4-Kanal-Dimmer. Das heißt, wir haben hier die gemeinsamen und haben hier dann nur die Kanal weiß und blau belegt. Das seht ihr, das zeige ich euch oben auf den Klemmen. Wie ihr das seht, da hinten ist eine Duo-Hülse. Ich halte die Kamera, die wackelt gerade ein bisschen, weil ich schalte die nur in der Hand. Da hinten eine Duo-Hülse ist da hinten drin. Das heißt, das ist ein warmweißer Stripe und das Kabel daneben ist auch ein warmweißer Stripe. Das heißt, der Graue hier ist durchgebrückt von da nach da. Und die beiden Lilanen, die da oben abgehen, das sind die beiden unten am Dimmer. Das sind zwei getrennte Kreise, warmweiß. So, dann hier ist ja dieser 0-Volt-Block hier. Hier habe ich jetzt mal vier Adern zusammen in eine 6-Quadrat-Hülse gemacht. Und die sind untereinander nur gebrückt, die beiden. Und hier liegt im Prinzip von allen... Ah, war andersrum erklärt. Hier drüben... Moment, ich zue mal gerade ein bisschen zurück. So. Hier drüben kommen ja unsere ganzen 24-Volt-Leitungen an von den Netzteilen drüben. Von hier abgehend geht es ja auf die einzelnen Dimmer von dem jeweiligen Kreis. Das habe ich ja dann gezeichnet. Und vom letzten Dimmer gehen wir nochmal hier zurück auf diesen Kreis hier. Also auf die gemeinsamen GNDs. Weil alle Crowns müssen ja miteinander verbunden sein. Daran liegt das eigentlich, dass jetzt hier so viele hier drauf kommen. Das heißt, immer wichtig ist, die 24-Volt und die 0-Volt, die hier auf den Klemmen abgehen, die vom Netzteil kommen, beziehungsweise direkt am Netzteil. Erst mal die ganzen Dimmer versorgen, wo die Last drüber läuft. Und dann den letzten Draht zurück ein hier auf den gemeinsamen, dass wir über das gleiche 0-Volt-Potenzial haben. Dadurch kommen jetzt gerade diese Mengen an die hier noch aufliegen dran. Äh, kommen die her, so. So, hier unten im Schrank seht ihr hier, was ich habe schon mit Kaltbeeren zusammengeboten. Aufgrund dieser Wahnsinnsmenge unten ist es genauso voll. Also hier haben wir schon eine Wahnsinnsanlage an der Menge an Leitungen. Hier kommen ja nochmal zwei Kabel 12x5. Die holen wir von hier drüben, weil da drüben den Deckel habe ich schon zugemacht. Aufgrund der Menge, weil der Kanal da schon voll ist, dass wir die anderen Leitungen alle auf der anderen Seite durchziehen, weil da drüben ist voll im unteren Bereich hier. Ähm, dass wir die anderen noch von drüben her ziehen. Weil es gibt natürlich noch offene Klemmen, wie man hier sieht. Hier oben ist noch was frei. Ähm, was drüber geht zur Sauna und zum, äh, unter der Treppe. Und da kommt noch von der Haustür, kommt da noch eine Steuerung hin und so weiter. Deshalb ist da gerade noch ein bisschen Luft auf manchen Klemmen. Das wird dann noch aufgefüllt, sobald das da drüben fertig ist. Jetzt schon mal. Ja. Jetzt, natürlich, über die educativen Musik. Die Leute, die Leute, die Leute die Leute. Die Leute, 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 die Leute oder die Leute... Vielen Dank.